Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist letzte Woche die Bewertung ausgefallen. Weitergekommen sind Yuri und Grinch Hill. Leider habe ich auch diese Woche keine Zeit gehabt, um mich um die Bewertung zu kümmern. Ich schiebe mir aber natürlich keine ruhige Kugel und lege die Füße hoch. Der Grund für das Ausfallen der Bewertungen kommt morgen um 18 Uhr auf meinem Hauptkanal. Diese Woche weitergekommen sind Cricks und Johnny Dixon. Hier die Übersicht mit allen Punkten. Die Cypher geht jetzt in eine kleine Pause, damit die Leute Zeit haben für ihre nächsten Runden. Und ich werde mich in der Zeit in meinen Urlaub verpissen. Am 14. Oktober geht es dann weiter mit dem Viertelfinale und Gruppe A bestehend aus Fortune, Jobdynamic, Damon und Gary Washington. towime ist dann weiter mit dem Viertelfinale und Gruppl Sixte. Am 14. percussion handelsņärkt. Abona manner. Abonaątrete. Abonaundertfat.